Vor zwei Jahren war das meistverkaufteste Android-Handy das Samsung Galaxy A51. Letztes Jahr dann der Nachfolger A52. Und dieses Jahr soll es das Handy aus diesem Karton werden. Das Samsung Galaxy A53 sieht erstmal fast genauso aus wie der Vorgänger. Es liegt auch gut in der Hand, aber leider fühlen sich der Rahmen und die Rückseite aus Plastik sehr billig an. Genug von der Rückseite, wir drehen das Handy mal um. Das Display geht soweit vollkommen fit. Farben und Helligkeit sind ordentlich, dazu gibt's dann 120 Hz. Der Fingerabdrucksensor ist optisch und recht schnell, das S22 kann da aber mehr. Außerdem noch ganz geil ist der 5000 mAh Akku. Was mich aber auch schon zu den Nachteilen bringt. Es gibt kein Netzteil mehr in der Verpackung und das Handy lädt mit maximal 25 Watt. Beides kann zum Beispiel ein Redmi Note 11 Pro deutlich besser. Auch die Leistung ist eher enttäuschend für 2022, es gibt doch einige unnötige Lags und Ruckler. Übrigens sind die Kameras auf der Rückseite unverändert zum Vorgänger. Was sich aber verändert hat, ist der Preis. Zwischen 450 und 510 Euro ist teurer als letztes Jahr. Dafür verspricht Samsung vier Android-Versionen und fünf Jahre Updates.